Morgen bei YouTube, Schiri. Kannst du da sehen? Jetzt ist es passiert. Gibt's da Geldbrot? Ja, genau so ist es. Wer hat doch Geldbrot? Gibt's da Geldbrot, ja. Du kommst doch noch zum Durchschnitt. Das hab ich drauf. Ist doch total bescheuert. Der ist doch krank. Warum hält er nicht einfach die Fresse? Was soll Chrissi da machen? Normalerweise müssten wir den kaufen. Der passt bei uns rein. Allzu blöd wie Van Bommel. So blöd sind wir nicht, dass wir eine rote Karte kriegen.